Vergangene Woche haben wir uns die Neuerungen von ECMAScript 2023 angeschaut, denn die neue Version wurde vor ein paar Wochen, das heißt Ende Juni, final veröffentlicht. Das war keine große Überraschung, denn von ECMAScript wird jedes Jahr im Juni eine neue Version veröffentlicht. Zumindest ist das so seit acht Jahren, also seit ECMAScript 2015. Nun ist ECMAScript, was bekanntlich der Sprachstandard ist, der JavaScript zugrunde liegt, aber deutlich älter als 2015. Die erste Version stammt nämlich schon aus dem Jahr 1997. Und das heißt, wir hatten 18 Jahre lang, nämlich von 1997 bis 2015, eine andere Versionierung und die war, wenig überraschend, relativ einfach. 1997 wurde ECMAScript 1 veröffentlicht, dann folgte ECMAScript 2, ECMAScript 3 und schließlich ECMAScript 5. Und das ist ein bisschen unerwartet, denn man fragt sich unwillkürlich, was ist denn mit ECMAScript 4? Fehlt da nicht irgendwie irgendwas? Und du hast völlig recht. Zwischen den Versionen 3 und 5, da klafft eine deutliche Lücke. Da fehlt nämlich ECMAScript 4. Und diese Version, die gab es nie. Und warum das so ist, was damals passiert ist und schiefgegangen ist und warum das auch heute noch Nachwirkungen hat, darum geht es im heutigen Video. Und in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Developers Dictionary. Aber fangen wir ganz am Anfang an und dazu springen wir erstmal 30 Jahre in die Vergangenheit. In das Jahr 1993. Und um dem Ganzen ein bisschen den historischen Kontext zu geben, 1993 war ich selbst 15 Jahre alt. Ich hatte einen PC mit einer Intel 486 SX CPU, 4 MB RAM, 200 MB Festplatte, so ungefähr, und MS-DOS als primärem Betriebssystem. Optional konnte ich bei Bedarf Windows 311 starten und mit einem Modem mit 14.400 KBit pro Sekunde online gehen. Allerdings gab es weder Google noch Amazon und, und das ist vielleicht insgesamt das Überraschendste, das war aber kein Problem damals, denn im Januar 1993 wurde der erste Webbrowser überhaupt erstmal veröffentlicht, nämlich Mosaic von Netscape. Und falls du dich jetzt fragst, wie man davor Webseiten betrachtet hat, wenn es ja keinen Webbrowser gab, dann lautet die einfache Antwort, gar nicht. Denn HTML gab es auch erst gerade ein Jahr. Das heißt, mit anderen Worten, es gab praktisch kaum eine Webseite. Und die paar, die es gab, die waren visuell nicht sonderlich schön, denn es gab 1993 auch noch kein CSS. Das alle wurde erst in den Jahren danach entwickelt. Und eine Sache, die auch in den Jahren danach entwickelt wurde, war JavaScript. Rückblickend finde ich, dass Netscape hier sehr fortschrittlich und zukunftsorientiert unterwegs war und für mein Empfinden auch sehr früh damit begonnen hat, das Web als ein interaktives Medium zu denken, weg von den bis dahin rein statischen Inhalten. Und die erste Version von JavaScript, die ist dann schließlich 1995 als Bestandteil des Webbrowsers Netscape Navigator 2.0 erschienen. Ein Jahr später, also 1996, hat Netscape dann JavaScript bei der European Computer Manufacturers Association, also kurz ECMA, zur Standardisierung eingereicht. Und daraus wurde dann schließlich die Sprachspezifikation namens ECMAScript, deren erste Fassung dann schließlich 1997 veröffentlicht wurde. Ja, und diese Sprachspezifikation, die bildet bis heute das Fundament für JavaScript und definiert, auf welche Art und in welche Richtung sich die Sprache weiterentwickelt. Und am Anfang, da ging das auch relativ flott. Nachdem die erste Version im Juni 1997 veröffentlicht worden war, kam die zweite Version schon ein Jahr später, also im Juni 1998, und die dritte Version, die kam dann nochmal anderthalb Jahre später, also im Dezember 1999. Und bis dahin sah eigentlich alles erstmal ziemlich gut aus. Und dann begannen die Arbeiten für die nächste Version, also für ECMAScript 4. Und ab da ist dann alles aus dem Ruder gelaufen. Und auch hier brauchen wir nochmal eine kleine historische Einordnung. Der Netscape Navigator lag in Version 6 vor, der Internet Explorer in Version 5. Und die Technologie des Jahres schlechthin war AJAX auf der Basis des XML-HTTP-Request-Objekts. Und damit wurde damals der Grundstein für das gelegt, was wir heute mit Single-Page-Applications als selbstverständlich ansehen, dass wir nämlich nicht nur Webseiten, sondern ganze Web-Anwendungen im Browser ausführen können. Und ironischerweise kam dieses XML-HTTP-Request-Objekt übrigens nicht von Netscape, sondern von Microsoft. Das war nämlich eine der großen Neuerungen im IE5. Und Microsoft hat das damals eingeführt, um die Webschnittstelle Outlook Web Access von ihrem E-Mail-Server-Exchange besser pushen zu können. Ja, und jetzt die große Preisfrage. Was ist denn dann 1999 passiert? Was ist schiefgegangen? Und zunächst mal eigentlich gar nichts. Es gab drei große Unternehmen, die sich rund um JavaScript beziehungsweise um ECMAScript engagiert haben, nämlich Netscape, Microsoft und, und über dieses Unternehmen haben wir jetzt noch nicht gesprochen, Makromedia. Makromedia war eines der bedeutendsten und wichtigsten Unternehmen für Grafik und Animation im Web. Und ihr bekanntestes Produkt, das dürfte wohl Flash gewesen sein. So, und um diese drei Unternehmen und ihre jeweiligen Interessen und Strategien dreht sich nun das Drama um ECMAScript 4. Fangen wir zunächst mal mit Netscape an. Netscape hatte 1999 damit begonnen, sich Gedanken über die Zukunft von JavaScript beziehungsweise ECMAScript zu machen. Und als vorteilhaft wurde angesehen, dass es sehr einfach und schnell möglich war, JavaScript auszuführen, dass die Sprache sehr leichtgewichtig war und das eben alles sehr pragmatisch und flexibel war. Und auf der anderen Seite hat Netscape aber auch gesehen, dass JavaScript einige Dinge vermissen ließ, die man von einer gängigen Programmiersprache eigentlich erwarten würde. Und dabei ging es vor allem um die Frage, wie man denn große und komplexe JavaScript-Anwendungen strukturieren könnte. Denn es gab keine Packages, keine Module, keine Namespaces, keine Komponenten und so weiter. Also eigentlich all das, was man in der Hinsicht erwarten würde. Und was Netscape ebenfalls damals als Mangel angesehen hat, war, dass JavaScript keine richtige, also im Sinne von Java zumindest, Objektorientierung hatte, sondern nur diese Pseudo-Variante mit den Konstruktorfunktionen, den Prototypen und so weiter. Das heißt, das große Ziel von Netscape war, die Sprache ausgereifter zu machen, sodass sich JavaScript besser für große und komplexe Projekte eignen würde. Und das ist, wenn man das von heute aus gesehen einfach mal zurückblickend anschaut, eigentlich eine ziemlich realistische und ehrliche Einschätzung gewesen und auch eine sehr gute Idee gewesen, wie man JavaScript hätte weiterentwickeln können. Denn wenn es eine Sache gibt, die JavaScript über Jahre und Jahrzehnte gefehlt hat, dann war es genau das. Es fehlten all jene Sprachmerkmale, die wichtig gewesen wären, um größere und komplexere Anwendungen vernünftig strukturieren zu können. Und sicherlich kann man darüber streiten, ob man dafür jetzt eine echte, in Anführungszeichen, Objektorientierung gebraucht hätte, aber gerade so Themen wie Packages, Module, Namespaces und so weiter, das wären schon sehr, sehr schöne Sachen gewesen, hätte man die 1999 bereits gehabt. Ja, bei Microsoft sah die Situation ein bisschen anders aus. Als seit Java im Jahr 1995 auf den Markt gekommen war, hatte man dem bei Microsoft nicht so richtig was entgegenzusetzen. Und klar, man hatte auf der einen Seite natürlich Visual Basic, aber das war ja doch irgendwie schon damals schon so ein bisschen in die Jahre gekommen. Und auf der anderen Seite hatte man eben auch Visual C++, aber das war eben kein Managed Code und im Vergleich zu Java sehr viel anspruchsvoller und deutlich schwieriger zu verwenden. Und auch gerade der Schwerpunkt von Java auf das Internet, der fehlte bei Microsoft halt komplett. Und deshalb hat sich Microsoft in der zweiten Hälfte der 90er Jahre damals eine Strategie und eine komplett neue Plattform überlegt, die das ausgleichen sollte. Und die Rede ist natürlich von .NET. Und auch wenn .NET erst im Jahr 2002 vorgestellt wurde, liefen die Arbeiten daran natürlich 1999 schon auf Hochtouren. Und .NET sollte, anders als Visual Basic oder Visual C++, sich halt nicht nur auf den Desktop konzentrieren, sondern eine Plattform für alles sein. Das heißt, außer für den Desktop, unter anderem auch für das Web. Und genau zu diesem Zweck wurde damals ASP.NET entwickelt, eine Technologie, um serverseitige Web-Anwendungen zu bauen und zwar mit jeder beliebigen .NET-kompatiblen Sprache, wie zum Beispiel C-Sharp oder Visual Basic .NET. Und da Microsoft im Webbrowser ohnehin schon eine eigene Implementierung von ECMAScript hatte, namens J-Script, lag es natürlich nahe, J-Script auch im Backend verwenden zu können. Also quasi JavaScript für den Server. Und das Ganze nannte sich J-Script.NET. Und da waren Microsoft zwei Dinge wichtig. Zum einen sollte J-Script.NET auf dem Server möglichst kompatibel mit J-Script im Client sein, um Entwicklerinnen und Entwicklern das Gefühl zu geben, wirklich mit einer Sprache arbeiten zu können. Und auf der anderen Seite wollte man die Sprache mächtiger machen, vielleicht auch näher an das bringen, was in der Microsoft-Welt damals gang und gäbe war. Und das heißt im Hinblick auf Visual C++ vor allem, dass ein statisches Typsystem schön gewesen wäre, zumindest als optionale Variante. Und auch so ein paar Schlüsselwörter wie zum Beispiel Public, Protected, Private, was man aus C++ halt so kennt, auch das wäre wünschenswert gewesen. Zumindest aus der Perspektive von Microsoft. Das heißt, auch bei Microsoft sieht man, dass durchaus Stärken von JavaScript gesehen wurden, dass man sich aber auch durchaus der Schwächen bewusst war, dass man sie aber anders bewertet hat, als Netscape das getan hat. Einfach aufgrund der jeweils unterschiedlichen Perspektive. Da kann man nicht mal sagen, dass das eine Unternehmen hatte Recht und das andere Unrecht, sondern es sind einfach zwei verschiedene Wege und Ansätze, wie man gewisse Dinge einschätzen kann und welche Erwartungshaltung sich dann daraus jeweils ergibt. Ich persönlich würde nicht mal sagen, dass die Ziele von Netscape und Microsoft so extrem unterschiedlich gewesen sind. Es ist, glaube ich, mehr die Perspektive, die dann eine Menge Details und auch die eigenen Erwartungen beeinflusst hat. Und eine Sache kann man Microsoft bei all dem dann aber doch vorhalten. Sie sind nämlich hingegangen und haben damit begonnen, in jscript.net einfach eine Reihe von den geplanten Sprachmerkmalen von ECMAScript 4 einfach schon mal einzubauen und damit Fakten zu schaffen. Und zwar bevor das abgestimmt war. Und das ist natürlich eine schwierige Ausgangsbasis für eine Diskussion, wenn man sich nicht erst mal über den Weg einigt, bevor man losläuft, sondern wenn einer der beiden Partner einfach schon mal macht. Das ist dann nämlich nicht mehr ganz so partnerschaftlich und auch nicht mehr auf Augenhöhe und macht das Ganze einfach unnötig schwierig. Naja, und zu allem Überfluss war dann da ja aber auch noch Makromedia. In der ersten Version von Flash, die 1996 auf den Markt kam, ging es im Wesentlichen noch um vektorbasierte Animationen. In der zweiten Version, die dann 1997 erschienen ist, kam die Interaktion deutlich stärker hinzu und Makromedia hat die sogenannten Actions eingeführt. Im Prinzip waren das so eine Art sehr einfach gehaltene Events, an die man sich anhängen konnte. Aber so richtig viel programmieren konnte man da noch nicht. Das hat sich dann so nach und nach zuerst in Flash 3 und anschließend auch in Flash 4 geändert. Und Makromedia hat im Prinzip eine komplett eigene, proprietäre Programmiersprache entwickelt. So richtig sinnvoll war das natürlich nicht. Und deshalb wurde dann für Flash 5 eine neue Sprache geschaffen, die irgendwie so eine interessante Mischung aus ECMAScript 3 und den Makromedia eigenen, proprietären Konstrukten war. Und weil das Ganze im Kern halt immer noch auf diesen Actions basierte, hat Makromedia die Sprache dann dementsprechend Actionscript getauft. Aber sie waren bereit, sich an der zukünftigen Entwicklung von ECMAScript zu beteiligen und haben daher ab dem Jahr 2000 begonnen, zu der Planung von ECMAScript 4 beizutragen, was eigentlich sehr schön war. Aber das Problem war, dass Flash sehr erfolgreich war und Makromedia der einzige Anbieter von Flash. Das heißt, auf gut Deutsch, sie konnten im Grunde genommen tun und lassen, was sie wollten. Und genau das haben sie gemacht. Sie haben nämlich, ähnlich wie Microsoft mit Jscript.net, einfach auch damit begonnen, Tatsachen zu schaffen, indem sie die Dinge, die sie in ECMAScript 4 irgendwie praktisch fanden, halt einfach schon mal in Actionscript einzubauen. Und der Punkt war aber, sie hatten ja eh schon keine Sprache, die vollständig kompatibel zu ECMAScript 3 gewesen wäre. Denn ActionScript war ja wie gesagt eine Mischung aus ECMAScript und ihrer eigenen proprietären Sprache. Und wenn man jetzt dann halt auch noch anfängt, noch nicht gemeinsam abbestimmte Features der nächsten Version von ECMAScript einfach mal irgendwie in die Praxis umzusetzen, dann macht es das halt nicht besser. Heißt unterm Strich, dass Makromedia genau dasselbe unschöne Verhalten an den Tag gelegt hat, wie Microsoft, dass sie nämlich einfach Tatsachen geschaffen haben, bevor man sich in der Theorie bezüglich der Konzepte und Vorgehensweisen einig war. Und wenn das dann schon zwei Unternehmen sind, die das so machen, dann liegt auf der Hand, dass das auf Dauer nicht gut funktionieren kann, um zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen. Naja, und genau das ist passiert, was man erwarten würde. Eine Weile ging das noch halbwegs gut, aber nach und nach ist die gemeinsame Arbeit halt immer weniger geworden. Und bis sie dann unterm Strich 2003 komplett eingeschlafen ist. Und das liegt zum einen daran, dass im Jahr 2003 Makromedia die neue Version ActionScript 2.0 veröffentlicht hat und damit einfach im Prinzip gesagt hat, dass ihnen eine Einigung auch gar nicht mehr so wichtig ist, sondern dass ihre eigene Produktstrategie nun Vorrang hat. Und bei Microsoft sah das übrigens ähnlich aus, nur dass sie halt mit der Veröffentlichung von Jscript.net und .net als Ganzem schon ein Jahr früher dran gewesen waren. Hat sich das Ganze denn wenigstens für die beiden Unternehmen gelohnt? Für Microsoft auf jeden Fall nicht. Das Interesse der Entwicklerinnen und Entwickler an Jscript.net war nämlich dermaßen niedrig, dass die Sprache im Jahr 2005 mit der Vorstellung von .net 2 direkt schon wieder abgekündigt wurde. Bei Makromedia, die 2005 von Adobe gekauft wurden, hat es noch ein paar Jahre länger gedauert, aber auch für Makromedia hat sich der Alleingang unterm Strich nicht rentiert. Denn als Apple im Jahr 2007 das iPhone vorgestellt und sich dann schlicht und ergreifend geweigert hat, Flash auf dem iPhone zuzulassen, war damit auch das Schicksal von Flash besiegelt. Tja, und Netscape, das ist traurigerweise der eigentliche Verlierer der ganzen Zeit damals. Die haben nämlich das aggressive Vorgehen von Microsoft, den Internet Explorer auf Biegen und Brechen in den Markt zu drücken, als Unternehmen schlichtweg nicht überlebt. Das heißt, die einzigen, die sich an die Regeln gehalten haben, das waren am Ende die, für die das Ganze die schlechtesten Konsequenzen hatte. Und für wen das Ganze natürlich auch eine riesige Katastrophe war, das war die Community. Denn all die seit 1999 geplanten Features, die wurden halt nicht standardisiert über Jahre und die Weiterentwicklung von JavaScript fand einfach nicht mehr statt. Und das hat sich dann im Jahr 2008 immerhin neun Jahre nach den ersten Plänen zu ECMAScript 4 zumindest ein ganz kleines bisschen geändert, denn in diesem Jahr fiel die Entscheidung, ECMAScript 4 endgültig zu begraben. Und stattdessen quasi als Kompromiss, sich wenigstens überhaupt mal in Millimeter voranzubewegen. Es wurde nämlich beschlossen, ein paar ganz wenige Ergänzungen und Erweiterungen zu ECMAScript 3, die eigentlich als ECMAScript 3.1 geplant gewesen waren, endlich mal zu veröffentlichen und sie, um dem Ganzen zumindest mal den Anschein von Fortschritt zu geben, ECMAScript 5 zu nennen. Und das ist dann 2009 auch schließlich passiert. Und somit liegen zwischen Version 3 und Version 5, was eigentlich die 3.1 ist, gerade mal zehn Jahre. Und das hat dann nochmal drei Jahre gedauert, bis 2012 endlich alle Webbrowser, auch ECMAScript 5, unterstützt haben. Also praktisch 13 Jahre Stillstand, weil zwei Unternehmen, Microsoft und Macromedia, der Meinung waren, dass es eine total schlaue Idee wäre, im Alleingang vorneweg zu rennen. Und wofür? Zum einen für eine Technologie, die es zwei Jahre später nicht mehr gab und zum anderen für eine weitere Technologie, die sich dann auch wenige Jahre später erübrigt hat. Schon irgendwie traurig. Ja, und um all die Ideen, die in ECMAScript 4 gesteckt haben, aber nicht komplett sterben zu lassen, hat man sich dann überlegt, dass man sich ja nochmal neu zusammensetzen und von vorne anfangen könnte. Und um zu unterstreichen, dass man es dieses Mal jetzt aber wirklich ernst meint, kam man dann auf den Gedanken, der neuen geplanten Version, also Version 6 von ECMAScript, den Codenamen Harmony zu verpassen. Aber auch die Arbeiten daran haben sich nochmal sechs Jahre hingezogen, bis ECMAScript 6, dann im Jahr 2015 endlich unter dem Namen ECMAScript 2015 veröffentlicht wurde. Und in dem Zusammenhang hat man sich dann auch überlegt, dass man für die Zukunft nicht mehr derart lange und sehr Release-Zyklen haben möchte und deshalb ab sofort einfach jedes Jahr im Juni eine neue Version der Sprachspezifikation veröffentlichen wird. Und deshalb ist nun im Juni 2023 eben ECMAScript 2023 veröffentlicht worden. Falls du das anfangs erwähnte Video von vergangener Woche zu dem Thema übrigens verpasst hast, dann findest du den Link dorthin noch einmal hier oben in der Infocard. Ja, und damit bleibt zu guter Letzt nur noch die Frage, was denn in ECMAScript 4 so alles enthalten gewesen wäre. Wenn man sich mal überlegt, dass das theoretisch schon 1999 oder zumindest kurz darauf hätte Realität werden können, dann ist das schon erstaunlich und traurig zugleich. ECMAScript 4 hatte nämlich ein Konzept für Klassen. Es gab das Class Keyword, es gab die Möglichkeit Felder und Methoden als Public, Protected oder Private zu markieren, es gab Static und Final und das Schlüsselwort This wäre eliminiert worden. Allein nur dieser letzte Punkt, der hätte in den letzten vergangenen rund 25 Jahren so viele Probleme und Fehler vermeiden können, aber es hat halt nicht sein sollen. Und auch wenn die meisten dieser Möglichkeiten nun seit ECMAScript 2015 zur Verfügung stehen, ein Protected zum Beispiel, gibt es immer noch nicht. Und Klassen sind aber nicht alles gewesen, was ES4 gebracht hätte. Es hätte nämlich auch Interfaces gegeben und zwar echte Interfaces im Sinne eines statischen nominalen Typsystems, was im Umkehrschluss auch heißt, dass ECMAScript 4 auch ein statisches Typsystem an Bord gehabt hätte. Ebenso wie in TypeScript wäre es optional gewesen, aber Type Annotations, Union Types und all die Dinge, die uns TypeScript nun inzwischen beschert, hätten wir eben auch 1999 schon haben können. Zugegeben, es wäre nicht ganz das gleiche gewesen, denn TypeScript hat ein statisch strukturelles und kein statisch nominales Typsystem, aber grundsätzlich ist es schon erstaunlich, dass es diese Überlegungen schon vor rund einem Vierteljahrhundert gab. Apropos statische Typen, ECMAScript 4 hätte die Typen von JavaScript auch noch um neue Typen erweitert, wie zum Beispiel int, byte, double und einen verlässlichen Typ für Dezimalzahlen, Namens, Überraschung, Dezimal. Das ist etwas, was wir weder in JavaScript noch in TypeScript heute zur Verfügung haben. In ECMAScript 4 hätte man auch Packages definieren und an anderer Stelle importieren können. Und wenn man sich die heutige Syntax von Import und Export anschaut, dann sieht man ganz klar, woher die Inspiration dafür kam. Apropos Inspiration, ECMAScript 4 hätte auch Support für Generics gehabt, was sich exakt so liest in der Spezifikation, wie die Generics heute in TypeScript. Wir hätten Tailcalls gehabt, Tailcall Optimization, wir hätten Function Overloading gehabt, wir hätten Yield und Generatorfunktionen schon 16 Jahre früher gehabt, wir hätten den Strict Mode gehabt und, 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 und. Und das aus meiner Sicht mit Abstand krasseste wäre aber eine um 2004 geplante Erweiterung namens E4X für ECMAScript 4 gewesen. E4X oder E4X steht dabei für ECMAScript 4 XML und beschreibt im Prinzip die Möglichkeit, XML als eigenständigen Datentyp in JavaScript unterbringen zu können, ohne dafür auf Strings oder ähnliche Workarounds zurückgreifen zu müssen. Und wenn dich das jetzt so ganz spontan an JSX in Reactor erinnert, dann kann ich nur sagen, exakt das wäre es gewesen, nur halt schon 2004, nativ in deinem Browser. Und fasst man das alles mal zusammen, dann ist das unterm Strich halt schon traurig, um wie viele Jahre all diese Ideen verschleppt wurden und teilweise untergegangen sind und nicht umgesetzt wurden, weil zwei Unternehmen meinten, ein Alleingang wäre eine gute Idee. Natürlich können wir an all dem heute nichts mehr ändern. Und es ist auch müßig, da jetzt Fingerpointing zu betreiben und zu sagen, wegen dem und dem ist damals das und das und so weiter. Trotzdem glaube ich, es ist wichtig, diese Geschichte zu kennen, einfach um zu wissen, was JavaScript eigentlich mal hätte sein können und was es nicht sein durfte. Denn das ermöglicht zumindest zum einen den Menschen, die das damals vorangetrieben haben und die sich um Einigkeit bemüht haben, auch im Nachhinein noch Respekt und Dankbarkeit zu zollen. Und vielleicht trägt es außerdem dazu bei, heute getroffene technologische Entscheidungen ein bisschen anders hinterfragen zu können, weil man sich in Erinnerung an die Geschichte von ECMAScript 4 vielleicht fragt, welche Interessen haben denn an manchen Stellen gewisse Unternehmen, wenn sie eine Standardisierung oder eine Spezifikation in die eine oder andere Richtung vorantreiben. Und das ist etwas, worüber wir alle, glaube ich, doch öfter mal kritisch nachdenken sollten und ein paar Dinge hinterfragen sollten und das nicht alles einfach immer so hinnehmen sollten. Wie siehst du das? Kanntest du diese ganze Geschichte rund um ECMAScript 4? Also wusstest du, was wir alles verpasst haben? Was aber hätte sein können? Oder hast du dich in der Vergangenheit vielleicht noch gar nicht mal größer gewundert, warum zwischen ECMAScript 3 und 5 eigentlich überhaupt eine Lücke ist? Schreib deine Meinung, deine Gedanken, deine Ideen und so weiter gerne alles unten mal in die Kommentare und wenn dir das Video heute gefallen hat, dann teile es auch gerne mit deinen Kolleginnen und Kollegen und ansonsten wünsche ich dir zu guter Letzt natürlich noch einen guten Start in die neue Woche. Pass wie immer gut auf dich auf, bleib gesund und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. In diesem Sinne, mach's gut. Ciao.